Wer vermag das Jammern und Klagen zu beschreiben, das an der Schwelle zwischen Zeit und Ewigkeit anheben wird, wenn der gerechte Richter seine Stimme erhebt und erklärt, es ist zu spät. Lange standen die breiten Türen des Himmels offen und die himmlischen Boten haben immer wieder eingeladen und dringend gebeten, wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Doch einmal kommt der Zeitpunkt, an dem das Urteil gefällt wird. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Die Tore des Himmels schließen sich, das Angebot der Rettung verstummt. Dann heißt es im Himmel, es ist geschehen. Diese Zeit ist nicht mehr fern. Ich flehe dich an. Gib dir wirkliche Mühe für die Ewigkeit und ergreife die Hoffnung, die dir im Evangelium angeboten wird. Ringe danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn wenn du es bloß versuchst, wird es dir nicht gelingen. Die Welt ist von dem Fluch, den die Sünde bringt, schwer belastet. Sie ist förmlich von Sünde überflutet, von Gewalt und Verdorbenheit wie zur Zeit Noas. Und doch sind viele gerade in dieser furchtbaren Ära der Weltgeschichte am Schlafen. Sie haben aufgehört, sich zu bemühen, Christen zu werden. Die Befriedigung der eigenen Selbstsucht und menschliche Sicherheiten gefährden immer noch das ewige Wohlergehen. Ist das nicht tollkühn? Satans Nachfolger nennen es vielleicht ehrbar und lobenswert, jene Unabhängigkeit des Denkens zu zeigen, die dich dazu führt, deinen früheren Verhaltensmaßregeln mit Gleichgültigkeit zu betrachten und dir einzubilden, du hättest einen besseren Weg gefunden. Wenn du auf diese Vorschläge hörst, wirst du durch den Betrug der Sünde innerlich verhärtet. Was sollen dir denn all die weltlichen Vergnügungen bringen, wenn die ganze Welt begraben wird wie damals Sodom und zerstört wird wie Gomorra? Diese Städte sollen anderen Sündern ein mahnendes Beispiel geben. Damit sie erkennen, dass auch ihr Tag kommen wird. Zu spät werden sie erkennen, dass sie ihr Erstgeburtsrecht verkauft haben. Die Krone, die sie hätten haben können, funkelt jetzt auf dem Kopf eines anderen. Das Erbe, das sie hätten antreten können, ist verloren. Gib darauf Acht, wie du mit der Versuchung spielst. Gib darauf Acht, wie du mit deiner eigenen Stärke prallst. Christus ist deine ewige Stärke. Vertraue dich Gott an und nimm seine Kraft in Anspruch. Dann wird er dich zum Überwinder machen und du wirst die Siegeskrone tragen.